weidmannsheil liebe jagd und naturfreunde willkommen zu einem neuen teil der videoreihe saunjäger wissen diese videoreihe soll euch vermitteln was alles zur saujagd dazu gehört und im grundsatz gehört wie vieles im leben eine gute vorbereitung dazu eine durchführung und eine nachbereitung ihr seht hier im vorspann viele szenen die das ganze dokumentieren aber heute geht es um eine der schönsten sachen bei der saujagd und zwar geht es um das kochen nach vielen vielen prozessen stunden kommt man dann zu einer der schönsten sachen dem kochen und natürlich dem essen und heute kommt ein frischling in den wog thomas kocht ich begleite ihn mit der kamera und ihr dürft gespannt sein ihr könnt leider nicht probieren am ende des videos auch den geruch richtig nicht mit aber ich kann euch sagen das war fürchterlich lecker also nachkochen so Untertitelung des ZDF, 2020